Niños del Sol lautet der einprägsame Name einer einzigartigen Kinderbetreuungseinrichtung in Wien-Floretsdorf, die Sie sich unbedingt ansehen sollten. Hier werden alle Kinder von den Kleinsten in der Krabbelstube bis hin zum Schulalter von Ramona Morla und ihrem Team liebevoll betreut. Auch ihr Nachwuchs wird von Vielsprachigkeit, erstklassiger Unterstützung und echten Freundschaften profitieren. Nicht zuletzt deshalb genießt die Gruppe einen überaus hohen Beliebtheitsgrad bei Eltern und Kindern. Flexibilität, Musikalität und Naturverbundenheit stehen hier ebenfalls hoch im Kurs. Mit zahlreichen Ausflügen, Tanzstunden und weiteren Extras wird all das bei Niños del Sol gefördert. Dank der erstklassigen Ausbildung des Betreuerteams und des innovativen pädagogischen Konzeptes gelingt es ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder zum spielerischen Lernen angeregt werden. Niños del Sol – den Kindern zuliebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017